Mir ist zwar jetzt ein bisschen warm, aber mir wurde ja gesagt, dass wenn wir drin sind, dass uns sehr, sehr schnell kalt wird. Minus 25 Grad hast du gesagt, ne? 7. Minus 27 Grad, ja. 27, nee. Minus 27. Ja, cool, das sieht schlecht aus. Ja, cool, das sieht schlecht aus.